Hallo zusammen, hier ist wieder heutzutage und heute bin ich wieder für euch in Battle for Assos unterwegs. Und zwar bin ich heute mal wieder auf meinen Zandalari-Troll. Der ist mittlerweile auf der maximalen Stufe und zwar auf 110, maximale Stufe fürs Achievement. 120 ist ja die richtige Max-Stufe im Moment. Und zwar will ich jetzt mir das Transmog-Gear und meinen Erfolg holen. Und dazu sind wir jetzt schon hier einmal rüber nach Zandalari. Und ihr seht, hier kriege ich mein Achievement bzw. kriege ich auch meinen Transmog-Gear. Und das wollen wir uns jetzt mal angucken bzw. auch dann gleich mal transmoggen. Jetzt muss ich mal schauen, wo habe ich denn meinen Transmog-Mount. Hier haben wir es. Jetzt schauen wir mal, das müsste das hier sein. Traditionsausrüstung für den Zandalari. Und das sieht schon relativ nice aus, bloß passt natürlich jetzt das Schild und auch die Waffe nicht mehr zu. Und jetzt muss ich mal gucken, ob ich mit dem irgend so ein Schild habe, das so ein bisschen zumindest in diese Zandalari-Richtung geht. Also das würde schon mal einigermaßen passen. Das können wir uns schon mal... Aber das passt jetzt nicht. Also das ist zwar so ein Tiki, das würde so in die Richtung gehen. Aber hat jetzt nicht so die Farbe... Das hätte so die Farbe, ne? Das wäre eigentlich ganz cool. Das wird tatsächlich passen. Schauen wir mal, was wir hier noch so haben. Es gibt teilweise schon echt geile Schilde, ne? Wie ich es hier gerade so sehe. Mal gucken, ob es nur irgendeins gibt, was noch ein bisschen besser passt. Die sind auch nicht so schlecht. Ah! Ah, das sieht zwar schon cool aus, aber das passt, oder? Naja, das würde sogar auch gehen. Weil ich glaube, du kannst auch keine VZs auf Schilde machen. Deswegen muss man da hingehend ein bisschen gucken. Ja, gut. Sonst habe ich leider nicht mehr... Das sieht auch recht nice aus. Mit so einem Hordensymbol, das hat echt was, das Schild. Aber ich versuche schon, dass es einigermaßen dazu passt. Das hat auch was. Ich weiß gar nicht, ob es dann auch Allianz Pandors zu gibt. Aber wahrscheinlich schon, schätze ich jetzt mal. Aber ich finde das eins der coolsten. Jetzt schauen wir mal, was es da noch für Waffen gibt. Irgend so eine Zandallari-Axt wäre ganz cool. Was vielleicht auch so ein bisschen in diesem Farbton ist. Oder ich nehme... Ich glaube, ein Schwert kann ich auch drauf transmogen. Oder hier eine Dingswaffe, ne? Ui, die sieht natürlich auch cool aus. Eine Artefaktwaffe. Das würde auch nicht so schlecht passen. Achso, dann kriege ich auch noch ein Schild mit dazu. Okay. Ja, also das passt zwar nicht so hundertprozentig zu dem Zandallari-Ding, aber zumindest zu dem Rotton. Ich glaube, das nehme ich, oder? Ich habe leider eh nicht so viele Waffen. Aber dann kannst du keine Waffen-VZ drauf machen, ne? Ach komm, ich nehme das. So hundertprozentig passt es nicht. Aber ich habe leider nicht sonderlich viele Schilde und Schwerter. Deswegen werde ich jetzt darauf zurückgreifen. Jetzt schauen wir uns den mal in voller Pracht nur an. Na ja, also gut. Ich gebe zu, das Schild passt nicht so hundertprozentig dazu. Aber es sieht halt so cool aus. Ja, jetzt habe ich mir einmal das letzte Rufi-Chiefen zusammengefarmt. Sind wir damit auch quasi fertig. Und habe auch mal die Traditionsausrüstung schlussendlich. Und damit auch das letzte verbündete Volk auf der Stufe 110, um dementsprechend alles freizuschalten. Ja, das war es eigentlich auch schon wieder. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao.